da und da bin ich auch schon wieder bei Staubmanns Hügel Grab extrem spannend extrem spannend ich tue mal alle Quests weg machen bis auf der Vermisste nicht zu langsam oh ja das Bergblume das sieht man Waffen ok perfekt das muss jetzt einfach sein Attacke na du kleines Nord-Skelett und du auch alle drei zu dritt auf einen einzigen losgehen soll das ein Scherz sein sehr wahrscheinlich Nordpfeile ja das ist unheimlich über Knochenruhe geht so lalalalalala ist da wer drin oh ja scheiß ruheloser Dog der ist auch tot die brauche ich nicht mit Truhe eine Meistersruhe oh mein Gott quick save mhm tschüss Dietrich ach man das ist ja voll fies fast immerhin nein 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 ich glaube ich mache es so f 9 war es genau perfekt und ich glaube ich benutze meinen Zauberdrang Zauberdrang so schnell jetzt so schnell jetzt achso ja ich glaube es denn hallo so eine blöde Tür ja das hat es jetzt natürlich voll gebraucht das Problem ist dass die schon echt schwierig ist habe ich jemals eine Meisterspur schon geöffnet habe ich jemals eine Meisterspur schon geöffnet ja irgendwann glaube ich ja irgendwann glaube ich nein oder nein oder nein oder na gut 3 Dietrich wow 200 uah 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 wow pff uah das soll ein Scherz sein oder oh joo überlebt deinen schwachen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen So, und du kannst gleich da bleiben. Danke, Mann. So, jetzt. Hätte ich das gleich ausnutzen. Nicht mehr dieses Amulett. Einhändige Angriffe verursachen 25% mehr Schaden. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Ist das sonst noch was? Ich glaub's ehrlich gesagt nicht, aber wer weiß. Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oh, da war was. Tollkirsche. Das ist interessant. Ein verzauberter Helm. Noch mehr Tollkirschen. So, und jetzt mach ich mich, glaub ich, wieder auf dem Weg. Auf geht's. Da rennt das Tier gleich mal weg. Ein Drache. Ein Drache. Wer ist denn so drin? Oh! Ich hör den Drachen schreien. Das ist jeder mal rein. Schon wieder ein Unnötiger rein. Mann, das nervt heute. Das ist... Ja, wirklich mühsam. Hallo. Wer ist das bitte? Wer? Zur Hölle? Ist das? Nein! 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 So ein Mist! Oh! Dann geht's in die andere Richtung. Hm. 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 Nein, 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 nein. Nochmal. Nein, das ist immer was anderes. Anscheinend. So ein Mist! Nein, 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 jetzt krieg ich diese blöde Truhe nicht mehr auf. Ich bin echt blöd. Zaubertränke. Kann denn das nicht irgendwie... ...bessere Dietriches sein oder so? Nein, ihr sollt's nicht an und abbrechen. Wo ist das bitte? Es ist sauschwer. Da hat sich's gerade immer ein bisschen bewegt. Ich glaube, ich mach's nochmal. So. Die Meisterbox. Die Meisterbox. Ich glaube, ich werde gleich wahnsinnig. Dieser Idiot, der wird nachher dran glauben müssen. Nur weil ich das erste Mal daneben geschlagen hab. Die Meisterbox. So. Die Meisterbox. So. so sehen die dritte warum kann man diese blöde Dinge nicht einfach in die Luft jahren erst mal dass das das gehen wir jetzt schon ordentlich auf den ja ich hab ich keine die dritte mehr und das ist aus ich mach's jetzt ohne diesen sauberdrang nein funktioniert doch einfach da hat sich bewegt nein schlecht ganz schlecht viel zu weit irgendwo vermutlich nur zwei Pixel oder so nein das war schon fast fast nein nein was für eine verschwendung nein ich werde dieses Schloss nicht nochmal verlieren ok ja 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 und wiederum ja da 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 dumm Quicksave ha jetzt aber Bekleidung so und jetzt krieg ich dich mann echt mal echt mal Rache ich wollte doch nur Unterkunft und was hast du gemacht hast mich einfach so brutal hast du mich getötet ah da war was Lavendel fast hätte ich es erwischt ha 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 das nenne ich Jagen das nenne ich Jagen so und jetzt wird wiederum wer gejagt Quick Save aber diesmal wird das Spiel umgedreht sein diesmal hast du keine Chance man diesmal nicht haha Rache das ist gut das ist gut Menschenfleisch nehme ich mit das nehme ich auch mit nicht und nicht so und dann würde ich mir vorschlagen das beste Mal schnell das Haus sichern sicher der Besitzer dieses Hauses ist tot also steht er ich nicht mehr ich habe mir nein der Besitzer der Besitzer der Besitzer den kannst du behalten Mann so oh ja was was nein 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 das nehme ich jetzt erst mal mit bringt meinen Stern zum Berg Kindkrieg zurück nein und ich werde euch zum Werkzeug meines Leute den Mieters machen du bist böser du bist böser okay das ist jetzt sehr interessant hier ja wirklich sehr interessant ich werde jetzt anscheinend von einem Stein kontrolliert oder sowas in der Art das für Monument auch Clown ne Schreibfeder wollte ich hier behalten hinten was habe ich okay hier gibt es auch nichts vernünftiges da ist ein Alchemielabor da sind ja okay ähm gut Giftermagiker 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 fallen lassen da ist ein Heiltrank nein ein Ausdauertrank und da gibt es auch viel Zeug viel Zeug Hühnerei Nein den Teller brauche ich nicht mit so und ich glaube das war es dann auch schon wieder auf nach Himmelsrand nachdem ich jetzt diesen blöd Mann getötet hab kann ich ja weiter mit der Quest gehen irgendwo da oben ist ein Drache oh bleibst du kommst doch wohl nicht hier her oder so dann besser weg vom Drachen und nicht hin zum Drachen auf geht's und ich mach mal wieder einen ich sag tschüss für heute Leute bis zum nächsten mal mal Bis zum nächsten Mal.